Ah, das geht. Ein Tag, dann kann ich Don trotzdem mit meinem A-Team da rein marschieren. So, kurz psychiatrische Behandlung für Maury, damit wir die Phobie loswerden. So, Scharfschütze. Ein Sergeant. Signature Gunner. Ein Techie. Und ein Medic. Fehlt mir nicht irgendwie einer? Ach, 85%. Da habe ich schon 16 von den Technikern. Okay, ähm, Labor brauche ich, glaube ich, nichts erforschen. Medquartiere habe ich alles verbraucht. Das heißt, nach der Mission ist mein A-Team wieder voll ansatzbereit. Gucken wir uns mal eben die Kandidaten an, die ich gerade rausgeholt habe. This one won't let you down. Xander, du kriegst ein D-Fab-Unit. Kampfdrogen. Muffin. Renovationsausrüstung. Ich brauche tiefere Taschen. Muffin. Ich glaube, der Stress sinkt. Normalerweise kann ich die nicht großartig mit Waffen ausrüsten. Das war, glaube ich, der Jüngste, den ich gerettet hatte. Bye, Ma'am. Trupps, Eddie. Die Raffinerie. Entstanden. Uploading Mission-Data. Äh, Moment, ist das, bin ich hier richtig? Nee, Mission-Auswählen. Doch, das ist die Raffinerie. Entstanden. Uploading Mission-Data. Hauptmine. Erster Stock. Muss ich hier hin? Untergeschoss. Ach, das war die Geschichte, wo ich den Fahrstuhl hatte. Aber wo muss ich denn hin? Hier? Oder hier? Ich sehe nirgendwo einen vernünftigen Weg. Das Ding hier hat sich erledigt. Die Geschütztürme sind aufgepft. Alle hinüber. Erster Stock. Das war das obere Geschoss. Genau. Untergeschoss 1 und 2. Ich muss den Erdgeschoss der Weg machen. Oder? Oder? Ich bin irritiert. Ich versuche das jetzt. Ich meine, ich kann hier nichts anderes auswählen. Also muss das im Prinzip das Ding sein. Hä? Hä? Ich hab... Hä? Ich hab doch hoffenweise... Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich hatte doch die Leute aus dem Ausbildungstraining rausgenommen gehabt. Ach, die sind alle erschöpft? Liegt das am Training? Ich muss noch einen Tag warten. Okay, dann gehen wir haben wir im A-Team rein. Dann hat sich das E erledigt. Hallo, Administrator Hayes. Operations bereit in den folgenden Bereichen. Entstanden. Uploading Mission Data. So, diesmal aber... ...die Plasma-Gewehre. Ich meine, das bringt mir absolut überhaupt nichts, wenn ich die schweren Pulsgewehre mitnehme, wenn die Plasma-Gewehre besser sind. In fast jedem Belang. Ich meine, schweres Pulsgewehr... ...ja, es gewährdet nicht die Fertigkeit Granatwehr vor unter 1. Es macht... ...vollt 3 Schuss ab, das vollt 2 Schuss ab. Ich meine, es hat mehr Munition drin, das ist der einzige Vorteil, den ich sehe. Aber das Plasma-Gewehr hat 100 vollt 2 Munition, wie das normale Pulsgewehr, und hat da sowas... ...dass mal strahlend, der Schaden ist höher. Von daher brauche ich nur ein normales Pulsgewehr für die Granaten. Und der Rest, das war's. Wie gesagt, ich vermute, dass das danach sowieso alles für den Arsch ist, also fuck it. Nehmen wir einfach alles mit, was wir können. Auch die Pheromonien. Natürlich will ich immer noch ein bisschen Platz dabei haben, um Sachen einzusammeln zu können. Der APC geht über den Boden. Aber grundsätzlich... Let's go! Es gibt keinen Grund, irgendwo zurückzuhalten im Augenblick. Und selbst wenn ich... Okay, das Stranzöde-Landungsschiff ist gerade unsichtbar gewesen. Ich mein, selbst wenn ich jetzt komplett alles auffülle und losgehe, muss man ja auch dran denken, ich kann theoretisch immer noch eine komplette Mission mit einem kompletten Gear durchführen. Nur nicht mit den kompletten Leuten, also. Let's stay focused. Wir may know the place, but this time, we have to go deeper into that dig site. Okay, dieses Mal komme ich da durch die Tür durch, das ist gut. Okay, ich glaube, ich brauche nicht nach sammelbaren Sachen zu gucken. Wir haben jetzt mal eigentlich noch den anderen Karren gehabt, wenn wir den ganzen Geruch. Wir müssen uns nicht nach dem Schrauch kommen. Okay, das ist gut. Man kann es nicht nach dem Schrauch kommen. Es gibt keinen Fehler, Leute. Der Schrauch kann das drücken sein. Was machen sie? Kleinen EPC da runterfahren? Das wäre eigentlich super geil, wenn ich den EPC mal einfach mitnehmen könnte. Oh ja, oh ja, oh ja, Baby. Ab ins große Teufelsanusloch. Oh doch, der EPC kommt mit! Yes! Yes! Die Impressor ist hier! Stop sie. Ah, das war schon lieber nochmal benutzt da vorne. So, eine Wechselkiste am anderen Ende des Raums. Das sind Volldeppen, okay. Können mir egal sein. Wir rennen eh gleich in das Geschütz. Wir sehen, was in der Mitte ist. RPG kommt in high. Grenade! Sie sind in der Position. Oh, was ist da denn explodiert? Das gefällt mir überhaupt nicht, dass das so viele klinkende Lichterchen sind. Können wir den Alarm mal abschließen? Können wir gucken, hier ist noch ein Datapad irgendwo. Auf meiner Nase. Ich hatte von Alabama Fletcher, ich hätte auch von dem Fass aufgegeben, aber jetzt endlich, endlich haben wir es gefunden. Trimonit. Das ist das Material, das die Menschheit hier gefunden hat. Ich weiß nicht, ob meine Mannschaft die ganzen Tragweite begreift, aber das wird nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben unserer Kinder und Kindeskinder verändern. Das größte Trimonitvorkommen, das ich je gesehen habe. Das Unternehmen wird uns ein Vermögen dafür bezahlen, uns hier erst niederzulassen. Die schweren Zeiten sind endlich vorbei. Mein Vater wäre so stolz auf mich. Er fehlt mir. Ich will wissen, was hinter der Scheiß Tür ist, bevor ich irgendwas mit den Kameras mache. Gierig. Wofür brauche ich denn noch solche Materialien? Ich glaube, sowas wird immer nur eingebaut für einen Fall, dass der Spieler mal irgendwo was liegen lässt. Sie gehen auf den Weg. Roger, lass uns sehen, was drin ist. Ein Prasmo-Gebärer bei. Ah, ein Vierer packen wir nicht so. Das wird ein Problem für den A.P.C. Wir müssen sie öffnen. Das ist ein helles Einfluss. Die Entrance zum Komplex des Mines selbst, wahrscheinlich. Das sind unsere Prisoner. Wir müssen sie raus. Das ist eine Kontrolle. Wir müssen all diese Bereich operieren. Wir sollten sie sehen. Okay? Das ist etwas weniger mysteriös. Oh. Türen öffnen ist meistens eine blöde Idee in diesem Spiel. Da braucht der einzige Weg weiterzukommen. Ich würde sie sehen. Ich würde sie anfangen, in diesem Bereich beherren. Erinnerst du den Türke, der A.P.C.? Der Terminal kann nicht so weit sein. Du machst es einfach, Squad. Aber gut gemacht. Das war's! Die Schäuers des Ereens! Hörn! Bring him down! Ich habe mehrere Signale! Drei, Dengue! Drei, dass du das! Du bist so? Ich hab's! Die Schäuers des Ereens! Okay, für Wepp war das jetzt nicht so lustig. Werksersatz. Hm, die Mine ist immer noch am Laufen, wie es scheint. Okay, das ist nicht so lustig. Okay, das ist nicht so lustig. in coming safe position taken Grenade Looks like you're clear good job people on it. Let's see what's inside RPG coming in hot I don't think it's better I think it's better Okay, I thought I had to actually do that but then was the techy They're heading our way Quiet, they didn't see us safe position taken They're heading our way, something triggered one of our minds safe position taken Oh, lift-to-schacht-Arsch-Krampe More signals incoming Don't get too comfy, okay? It's seen us Got you in my sight You like that, huh? That gun is a frickin' lawnmower More signals incoming Affirmative Planning seat board Safe position taken Move on Hurry up, you slugs They're heading our way Okay Keine Verletzung Aber ich glaube ich nehme mal so eine Batterie durch an Mates gleich Careful people Stress kills you just as well as a bullet Let's rock Ah, burn! Burn! They're heading our way On it Mine's activated Looks like you're clear Good job people Access granted Access granted Let's see what's inside Come on team They're heading our way Hurry up, squad Hurry up, squad More signals incoming Safe position taken Grenade! We'll see what's inside That's how it works Right now Let's see what's inside Drone spotted Yeah! Don't mess with me! Quiet! It didn't see us Enemies of the era! Shit! They know we're here Let's rock! Good job guys! Gut, dass Granaten kostenlos sind Mehr oder weniger Aber hier oben sind noch Munitionsdinger Die sollte ich mir holen Come on team Hurry up you slugs Let's rock the fire on target Enemies of the era! Unglorious! Death! Let's see what's inside Let me Copy They're heading our way Planting mine, watch your feet I got you in my sight Shh! Listen I think we're good Safe position taken We are theoretically Theoretical position taken But I don't know I don't know I don't know Datapads I don't know I don't know Move on I think we're good Ah, disgusting Listen to me I don't know Here's your sample I have multiple signals Hurry up squad Ich will das Spiel auch irgendwann mal durch haben Ich muss mir nicht jeden Scheiß einsammeln Ich hadere es vor allem mit mir Dass ich dann vielleicht auch irgendwo was verpasse Aber Go away Got you in my sight Kill that bastard! You like that, huh? Looks like you're done with the treatment area But Cassandra's nowhere to be found We have to dive deeper into the complex That's the terminal we were looking for Care to open the door, people? Your carriage is waiting Got you in my sight Ah! Wenn Moe der Mann ist, kann ich da immer noch hinlaufen Und mehr Sachen holen Ich meine hier unten die Munition Das ist wichtig Munition, Meat Kids Probably means we're on the right track You've really got the hang of this, don't you? Not sure you need me along at all I had a good teacher Okay, people Leave me to that barricade, will ya? Barricade Oh, Barricade Okay, das war der schlechteste Typ, den ich je gesehen habe Ich weiß nicht, ob das Wenn wir immer raus So, der Tunnel ist offen und Ich weiß nicht, ob das Der Episilier durch kann, aber Bisschen dann raus Okay, da komme ich nur von der anderen Seite ran, okay. Ich nehme an, das ist um die Überlebenden zu evakuieren. Ich habe dich in meinen Augen. Grenade! Riders, ich bin hier! Ja, nicht mit mir! Unglöser, Tod! Zwei Datapests aufhören. Ryan Bird. Hey Ryan, wir werden sie nicht mehr los. Diese verdammten Irren sind überall. Ich nehme es Ihnen nicht einmal übel. Man braucht sich ja nur einzusehen, wie das Unternehmen uns behandelt, aber ich will nicht, dass diese Spinne uns um Jahre harte Arbeit bringen. Das kannst du doch sicher verstehen. Also pass auf, ich habe mir die Freiheit genommen, ein bisschen, dass die Bergleute besitzen, einzumauern. Dass wir Bergleute besitzen, einzumauern. Ich weiß, dein Zeug ist auch dabei und das tut mir leid, aber ich bin mir sicher, dass sie bald Soldaten schicken werden, um es hier dann runter und drüber geht. Ich schlage vor, dass wir uns aus dem Staub machen und warten, bis die Kunde-Marines diesen Wahnsinnigen aus dem Weg geräumt haben. Wenn die Scheiße endlich vorbei ist, können wir uns das direkt um Brüder dich teilen, was erzählst du davon? Pass auf! Dich aufkumpel, wir sehen uns auf der anderen Seite. War damit die Brankade gemeint? Ich meine, er sagt der Einmauern. Ich werde mein Munitionslager haben. Dafür opfer ich gerne, das sind C4. Ich nehme an, ich muss mit dem APC hier rumfahren, hier in den Bereich rein. Das ist die Munition. Dann lasst du vergnügen. Okay, das ist gut investiertes Material. So, kurz ausruhen. Und ich muss einen Aufnahmestopp machen für heute, weil... Zeit. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü. Ich sollte damit warten, bis ich wirklich die Aufnahme beende. Aber gut, gespeichert ist damit. Und ich kann beim nächsten Mal dann hier direkt weiter spielen.